Die letzte männliche Jungfrau des Abijagerns, John Bender! Hey ihr beiden, wollt ihr nicht reinkommen? Heute ist Pärchenabend. Heilige Scheiße, Alter. Heilige Scheiße, Alter. Eine lebendig gewordene Gummipuppe. Das ist die beste Story, Emma. Oh, ich hatte gar zwei, drei, vier Drinks an der Barba. Musst du es auf ihre Brüste starren? Ihre Brüste starren mich an. Langsam bin ich echt besoffen. Das macht dich auch nicht attraktiver. Aber dich? Ich weiß, was ich will. Stats! Spionierst du noch die Nachbarn aus? Hi! Wir sind die Jones. So eine entzückende Straße. Die Chinesen haben nicht mal ein Wort für so eine Straße. Sie würden sagen Chili, Heiligundo.